Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Meta setzt auf KI für Instagram, WhatsApp und VR. Meta setzt den Kurs auf künstliche Intelligenz. MetaPlatforms Inc., das Mutterunternehmen von Facebook, hat kürzlich seine ganz neue Ausrichtung auf künstliche Intelligenz, KI, verkündet. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein in der Entwicklungsrichtung des Technologie-Riesen. Laut den Angaben von Meta sollen in Zukunft sowohl seine bestehenden Produkte, als auch neue Dienste und Funktionen verstärkt durch KI-Technologie angetrieben werden. Ziel ist es, die Interaktionen der Nutzer zu transformieren und dabei eine völlig neue Art von digitaler Erfahrung zu schaffen. Wie Meta in einer Erklärung bekannt gab, glaubt das Unternehmen fest daran, dass KI eine zentrale Rolle spielen wird, um Menschen bei der Bewältigung von Herausforderungen zu unterstützen und sie zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen. KI-Technologien können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Von der Verbesserung der Nutzererfahrung auf Plattformen wie Facebook und Instagram bis zur Entwicklung innovativer Technologien in Bereichen wie Gesundheitswesen und Bildung. Der Einsatz von KI in seinen Diensten ist für Meta kein neues Konzept. Tatsächlich verwendet das Unternehmen bereits KI in vielen seiner bestehenden Dienste, darunter auch neue Techniken wie maschinelles Lernen und Deep Learning. Doch die neue Ankündigung legt nahe, dass diese Bemühungen im Rahmen der größeren Vision des Unternehmens für die Zukunft intensiviert werden könnten. Aber trotz der hohen Erwartungen, die Meta in KI setzt, ist das Unternehmen auch auf die Herausforderungen aufmerksam, die damit verbunden sind. Besonders in Bezug auf Themen wie Datenschutz und ethische Fragen rund um KI. Daher betont Meta, dass es bei seinen Bemühungen um KI-Entwicklung auf Transparenz und Verantwortungsbewusstsein setzen wird. Insgesamt markiert Metas Schwenk zur KI einen wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen und zeigt, dass Technologieriesen zunehmend das Potenzial von KI erkennen und bereit sind, in diese zukunftsweisende Technologie zu investieren. Anita Farke, Donnerstag, 254.20 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Das Schnitt hat die Wendepunkt für seine videog focussede,